Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, wünsche ich dir. Hier von der AIDA, wir haben jetzt 5.20 Uhr in der Früh und wir sind gerade dabei in den Hafen oder überhaupt in den Bereich von St. Petersburg einzulaufen und da soll ein wunderschöner Anblick sein, wir haben einen ganz tollen Sonnenaufgang und das nehme ich jetzt alles mal so ein paar Eindrücke für euch auf. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hallo ihr Lieben, wir sind hier inzwischen in St. Petersburg, machen hier eine Stadtrundfahrt und ja, da nehme ich euch jetzt einfach mit hier. Es gibt natürlich ganz strenge Passkontrollen und es hat alles eine Weile gedauert, bis wir vorm Schiff durften, bis wir durch die Passkontrolle durchdurften. Es geht alles nur mit Reisepass und mit Visa und ja, jetzt sind wir hier und jetzt geht's mit dir, mit euch zusammen hier auf die kleine Rundfahrt. Und jetzt geht's. 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 So, ihr Lieben, das war St. Petersburg. Wir waren jetzt den ganzen Vormittag unterwegs, hatten eine tolle, wie nennt man das, Scout-Busführerin, die uns da gelotst hat. Reiseleiterin. Reiseleiterin. Genau, mir fehlen die Worte. Ich bin total geschafft. Ich habe einen Riesenhunger jetzt. Das hat heute Morgen schon ganz früh begonnen. Ihr wisst, ich war ja schon nach fünf unterwegs und habe die Hafeneinfahrt für euch gefilmt. Unser Sohn ist jetzt gerade auf der anderen Seite von der Kamera und lächelt mir zu. Wir sind jetzt alle geschafft, sind froh, dass wir die AIDA wieder erreicht haben. Der ganze Wodka. Der ganze Wodka. Kleiner Scherz am Rande. Für mich hat der Tag heute mit einer Riesen-Papaya begonnen und einen Riesenhunger habe ich jetzt. Ich freue mich jetzt total aufs Schlemmen, aufs Essen. Und sage in diesem Sinne, Tschüss aus St. Petersburg und bis morgen. Wo sind wir morgen? Tallin? Tallin. Tallin, okay. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank für euer Interesse, für euer Dabeisein. Bis morgen. Eine herzliche Umarmung. Ciao, ciao. Die Armgard und der Markus. Ciao. Tschüss.